so willkommen zurück zum my time at portia das müsste folge 116 sein ihr seht wir wollen hier das modell lara bauen material steht hier was wir brauchen ich habe schon mal gesucht bonzerrohre habe ich noch nicht genug aber rostiges eisenrohr einmal damit hätten wir den einen arm ein schläger für den zweiten arm eine eisenpfanne als kopf so dann können wir diese sachen schon mal wieder wegräumen packen wir mal hier hin da ein schläger rostiges rohr jetzt auch nicht so sand darüber honig machen wir mal da sulfat sulfat war separat gut dann brauchten wir zweimal lautsprecher quatsch lederhorn zweimal das hätten wir fertigen wir zwei stück lederhorn damit hört sie etwas jetzt fehlen noch stahlplatten porzellanteller stahlplatten baue ich drei franzerrohre auch stahlplatten franzerrohr porzellanteller hier nicht wo bekomme ich denn sowas her das ist ja jetzt mist in der schneidmaschine vielleicht stahlplatten ok bronzerrohr hier vielleicht nein ok dann habe ich keinen plan wo ich sowas her bekomme wir tanken hier mal schnell auf fertigen noch ein paar mehr oh mir geht das erz aus kompon stahl erz äh ja auftanken ähm teller porzellanteller ähm mal ganz kurz hier im inventar quatsch im handbuch porzellanteller von die tafelrunde ok dann schauen wir mal in die tafelrunde rein muss ich da wieder ganz viele punkte machen oh hi bürgermeister ja du hast hunger ich kann noch nicht kochen die tafelrunde porzellanteller die kann meeresfrüchte hackfleisch hackfleisch soße hattet ihr schon immer was zu essen anzubieten ist das neu abzeichen abzeichen pürse kochmeister geschenk es ho es ge geschäftiger bau anbau von pflanzen ich kaufe jetzt jeweils mal eins von von den essen seifenblasen bitterschild hühnerohrringe okay blonde puppe milchflasche regenbogen raub war hier scheiße tafelrunde das ist doch die tafelrunde hier zu abend essen roundtable schade ich will nichts essen komm essen wir halt auch das bringt mir nichts bestätigen ja porzellanteller wo bekomme ich teller her porzellanteller tafelrunde oh gott porzellanteller ich werde verrückt wenn ich jetzt was kochen kann jetzt Kochrezept. Reis. Ja, ich hab wahrscheinlich eh grad nix bei. Salz. Gemüse. Wir packen jetzt die Teller hier rein. Oh, was sind die Brüste? Okay. Eine Stahlplatte hätten wir. Bronzerrohr. Mist, Mist, Mist. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auf jeden Fall Erze brauche. Deshalb kann ich eigentlich direkt in die Mine hochgehen in die Ruine Carbon Stahl brauche ich auf jeden Fall bald wieder. Stein. Irgendwelche Relikte will ich jetzt normal nicht suchen. Okay, irgendwie. Datadisc ist okay, aber Eisenerz. Eisenerz. Yo, das sieht doch mal Bleierz. Das sieht doch so aus. wie das, was ich brauche. Das klingt auch wunderbar. Okay, ich glaube, wir sind hier erst mal fertig mit der Ader. Vielleicht nicht gerade hier noch da oben. Da oben hat es ein wenig blau geleuchtet. Jetzt ist auch nichts mehr davon zu sehen. Schade. Datadiscs. Keine Ahnung, ob ich überhaupt noch welche brauche. kann ich dann wahrscheinlich alle in der Kirsche abgeben gegen Blumenbeete und Dünger und Samen. Okay, hier kommt wieder Manganerz. Zinn, Blei. Zinn, Blei. Und wir sind unten. Das hat doch eine herrliche Farbe hier. Ja. Nicht so breit wie erwartet. So. Schon wieder 20 Uhr im Spiel. Bist du dich? In den Schatten. In den Schatten. Unschuldig. Den Garten. In den Schatten. Das macht ein wenig. Das ist die Hand. Schmerzen. Okay, ich würde sagen, zum Ausgang, dann sehen wir zu, nach Haus zu kommen, dann werde ich die letzten Öfen noch befeuern, Moment, schwupps, da hin wollen wir, 10 Minuten, die letzten Öfen noch befeuern, und dann, ja, wird der Tag auch schon wieder fast zu Ende sein, Carbon Stahl bestätigen, auftanken, keine Holzkohle mehr, ich werde verrückt, okay, Kupferrohr hätten wir, Stahlplatten auch, Gott, Holz, Benzin ausgegangen, wir müssen doch wieder Holzkohle machen, auftanken, ja, Holzkohle, okay, und es ist Holz ausgegangen, ach, ich habe kein Glück, Axt, wenn ich hier bin, kann ich gleich mal schauen, ob unsere Fallenkiste jetzt irgendwas gebracht hat, auf Beute warten, Mist, das klappt ja gerade gar nicht hier. Stahlplatten. Ich fertige mal zwei. Dann muss ich wohl in den nächsten Folgen mal ein paar Bäumchen fällen. Pum, 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 Pum. Pum, 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 nicht genug aussah, okay, wir können kein Holz mehr fällen. Dann würde ich sagen, beende ich mal hier die Folge, tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal.